Rainer Lug präsentiert Zitat Doppelpunkt Hi-Fans-Gumma Gestern ist etwas ganz Verrücktes am Flughafen HH Fuhlsbüttel passiert Ausrufezeichen Stay tuned aus Refusition Gepostet vor drei Monaten Wo war Rainer Lug? Fragezeichen Ausrufezeichen Fragezeichen Ich war überall, in der Schule, bei der Arbeit, in Schleswig-Holstein, Hamburg, Niedersachsen und sogar in Bremen, aber für euch Mausis habe ich leider bis jetzt noch keine Zeit und Lust gefunden. Kommen wir jetzt aber zum Thema des Videos. Am 5. September bin ich mit meiner Freundin, ja ich habe wirklich eine Freundin, mit der Hafenfähre extra so gefahren, damit wir in Finkenwerder eine Beluga landen sehen konnten. Doch leider konnte sie aufgrund eines Feuerwehreinsatzes in Finkenwerder nicht planmäßig am Airbus-Werk landen, sondern musste erstmal in Fuhlsbüttel landen. Dann sind wir erstmal schnell dahin gefahren, um diese zu sehen. Das Video könnt ihr selbst sehen. Da sich wahrscheinlich keiner die mehr als 8 Minuten komplett geben wird, läuft das Video nun erstmal in 8-facher Geschwindigkeit. Gleich hört die Sonne auf zu blenden und nun könnt ihr dieses ungewöhnliches, aber dafür hübsches und ungewöhnliches machen. Nun seht ihr den Start einer Boeing 737 von Ryanair. Ich habe gerade die Kamera nicht fokussiert. Ich mache mal wieder ein guter Herd. Ich werde jetzt meinen Tester suchen. Ich werde das einfach mal wiederholen. Ich werde sie einfach wiederholen. Und jetzt sehen wir sie endlich starten. Oh, das ist auch lustig, das hier. Oh, das ist auch lustig. 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 Wahrscheinlich schon. Das war noch nicht alles Lole, denn danach kam das. Auf einmal tauchte aus der Richtung von Lufthansa Technik eine Airbus A340-500 auf. Diese gehört der Algerian Air Force. Ausgesprochen auf Arabisch wird der Name. Das ist auch lustig. Die Airbus A340 hat die Triebrenge und die Triebrenge. Das ist eigentlich das Staatsfuhrzeug. Die Airbus A340 hat die Triebrenge und die Triebrenge und die Triebrenge und die Triebrenge. Und nun sehen wir die Beluga von vorhin über uns hinwegfliegen, nachdem sie einen Bogen um Hamburg drehen musste. Die Airbus A340 hat die Triebrenge und die Triebrenge und die Triebrenge. Die Triebrenge und die Triebrenge und die Triebrenge. die Triebrenge und die Triebrenge in die Triebrenge gefeiert werden die Triebrenge und die Triebrenge fixieren. Oh, und es geht ab! Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020